Hallo und herzlich willkommen auf dem Adventsfilmkalender.de Heute ist der 24. Dezember, Heiligabend und somit unser letztes Türchen. Ich möchte die Gunst nutzen, um mich bei allen Beteiligten und bei allen Sponsoren herzlich zu bedanken. Es hat mir immer Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt adventsfilmkalender.de 2013. Und jetzt das letzte Türchen. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Man kann es hier sehr schön sehen, euch heute ein kleines Gedicht noch vorzutragen, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, ob ihr das vielleicht schon kennt. Also, es geht um das Festmahl des Weihnachtsmannes. Der Weihnachtsmann sitzt auf dem Zaun. Zwei brave Kinder stehen und schauen. Sie stehen im Schnee und wundern sich. Recht guten Tag! Wir grüßen dich, Herr Weihnachtsmann, so feierlich. Kommt mit, hier draußen ist es kalt und unsere Stube wärmt dich bald. Nicht Schnee noch Kälte macht mir harm. Will nur was essen, kross und warm. Für meinen Magen, meinen Darm. Was sitzt du dann und wartest noch? Nun, Hunger ist der beste Koch. Doch pünktlich endet meine Not. Die Haut so frisch, die Wangen rot. Ich nehme euch zum Vesperbrot. Was hast du Weihnachtsmann denn vor? Das merkst du doch. Ich ess dein Ohr, von dir die Nase. Nun gib acht. Dein Schenkel ist mir zugedacht. Jetzt fress ich, dass die Schwarte kracht. Helft, Leute! Nichts da! Haltet stille! Was hier geschieht, ist Christkinds Wille. Dank seiner hab ich euch entdeckt. So rosig, frisch und abgeleckt. Das ist mein Festmahl. Und das schmeckt. Schöne Weihnacht. Schöne Weihnachtsmann. Schöne Weihnachtsmann. Schöne Weihnachtsmann. Schöne Weihnachtsmann. Schöne Weihnachtsmann. Gnade bringen der Weihnachtszeit. Christus erschienen, froh zu vertüren, Freude, Freude bringt du Christen ein. O du fröhliche, o du segne, Gnade bringen der Weihnachtszeit. Himmlische Hebe, ja, hoffen wir eben, Freude, Freude bringt du Christen ein. Gnade bringen der Weihnachtszeit. 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 Gnade bringen der Weihnachtszeit.